Seit drei Tagen sind die Fische im Kühlschrank. Heute kann ich sie endlich grillen. Zuerst muss ich die Schuppen entfernen. Ich hatte meine Freunde zum Fischessen in meinen Garten eingeladen, aber weil es die letzten Tage geregnet hat, können sie erst heute kommen. Riecht der Fisch komisch? Naja, Fische riechen eben. Auf den Grill damit! Bin ich zu spät? Nein Flamingo, wir sind auch eben erst gekommen. Die Fische sind fertig. So, jetzt gibt es gegrillten Fisch. Ich will aber keinen Fisch. Aber Nicole hat doch für uns Fisch gegrillt. Kein Problem, Barbie. Ich kann für Chelsea ja Fleisch grillen. Magst du das? Guten Appetit. Dankeschön. Flamingo, du bekommst einen besonders großen Fisch. Ich liebe Fisch. Chelsea Fleisch ist auch durch. Das war lecker. Dankeschön. Der Fisch schmeckt irgendwie anders. Komisch. Mein Fleisch schmeckt lecker. Ja, der Fisch hat irgendwie komisch geschmeckt. Vielleicht war es ja ein Salzwasserfisch. Vielleicht. Wie auch immer. Wir haben aufgegessen. Gehen wir nach Hause. Danke für die Einladung, Nicole. Gerne doch. Lasst uns das bald mal wiederholen. Ich gehe dann auch mal. Tschüss. Ich gehe dann auch mal. Oh. Nicole, kann ich mal dein Klo benutzen? Na klar, Flamingo. Es ist da drüben. Oh, ich muss ganz dringend aufs Klo. Oh, schnell, schnell. Mama, alles okay? Ja, ja, Schatz. Mir geht's gut. Mama, beeil dich doch. Ich muss pinkeln. Ja, ja, Schatz. Ich komme gleich raus. Flamingo, alles okay da drin? Flamingo, alles okay da drin? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na, endlich. Ich komme. Mama. Äh, Nicole. Ich sit schon die ganze Zeit auf dem Klo. Kann es sein, dass der Fisch schlecht war? Wirklich? Oh, Barbie hat eben angerufen. Ihr geht's genauso. Ach, das tut mir wirklich leid. Oh, oh Mann. Wegen mir haben meine Freunde jetzt Durchfall. Achtet immer darauf, dass ihr nur frischen Fisch esst. Tschüss. Tschüss.